USA, Robert Downey Jr., 59, kehrt ins MCU zurück, aber anders als viele denken. Er wird in den nächsten Avengers-Filmen Doctor Doom verkörpern. Das verriet der Präsident der Marvel Studios, Kevin Feige, 51, am gestrigen Samstag auf der Comic-Con in San Diego. Downey Jr. betrat die Bühne in einem olivgrünen Gewand, zusammen mit Dutzenden anderen, die die ikonische Metallmaske von Doctor Doom trugen. Dramatisch nahm er sie ab und enthüllte unter wildem Jubel sein Gesicht, wie ein Video von Discussing Film zeigt. Neue Maske, gleiche Aufgabe, so Downey Jr. Auf der Bühne Wenn wir Doctor Doom auf die Leinwand bringen wollen, ist er einer der komplexesten und unterhaltsamsten Charaktere der gesamten Fiktion. Wenn wir das machen wollen, brauchen wir den besten Schauspieler der Welt, so Joe Russo, 51, einer der Regisseure der Filme. Die beiden Filme, in denen er den Antagonisten Doctor Doom spielen wird, sind Avengers, Doomsday, der im Mai 2026 in die Kinos kommen soll, und Avengers, Secret Wars, der genau ein Jahr später, im Mai 2027 in den Kinos laufen soll. Die Bekanntgabe erfolgt laut Hollywood Reporter an einem rekordverdächtigen Eröffnungswochenende für Deadpool Wolverine, welcher einen erneuten Hype um das MCU geschaffen hat. Mehr als ein Jahrzehnt lang verkörperte er DJ den beliebten Superhelden Iron Man, bevor die Figur 2019 bei der Rettung des Universums in Avengers Endgame starb.